Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spannend, gruselig oder absolut verrückt Zuruf im Zug Der Inspektor stand mit seinem Praktikanten allein vor dem Gehege und gab weit Veranweisungen Können Sie nun gut zu, Herr Fackl, bringen Sie diese Proben direkt ins ZDF, ich hoffe es gerade jetzt geht Achso Er kann nicht immer alles nur in der Theorie erledigen und an seinem Schreibtisch sitzen Er ist ein Mann der Tat Als Chef müsste er auch immer viele Meetings beibeben Dazu hat er wirklich keine Lust und zudem fehlt ihm auch die nötige Zeit Sein Chef, Commissioner McKay, kann so etwas viel besser Darum ist Inspektor Livingston der Stellvertreter Das ist der Absolut Passt da, oder? Das ist die Bobbepi Weißt du, das wird jetzt ein sehr hochwertiges Produkt und das wird dann einfach so finden Wenn das so auf dem Keyboard drin ist Bist du fertig? Ich will es weiter machen Wenn es etwas Neues gibt, lassen Sie mich sofort wissen, verstanden? Wenn es etwas Neues gibt, lassen Sie mich sofort wissen, verstanden? So, okay Jochen, sorry, mit dem Catfacken irgendwie müssen wir noch, der muss noch ein bisschen heller sein Und dann der Hasskund noch so ein bisschen näher so Ach ja, ich wusste gar nicht, was die Frau wirklich war nervös und so recht So in dem Dreh irgendwie Der Praktikant begann sofort mit der Berichterstattung und schilderte, was er in der Metzgerei beobachtet und gehört hatte Also ich stand im Gedränge, war aber schon auf zwei Meter an die Theke herangekommen Vor mir waren nur noch drei Leute in der Schlange Ein junger Mann hatte gerade acht Heggisburger bestellt Dahinter standen noch zwei Frauen Das A, ich mach so So richtig diesen Arkt Manchmal liefen Leute am Haus vorbei und sagten laut Nein, nein Mehr so dieses Ahhhh Ui Ui Ach so this Ich brauche